Kurz vorgestellt, heute geht es um das Würfelspiel Quicks. Dies ist ein Spiel für 2-5 Personen. Ihr solltet 8 Jahre alt sein und eine Runde dauert ca. 15 Minuten. Ja, bei diesem Spiel geht es ums Würfeln. Jeder hat seinen eigenen Block, jeder hat seine 4 Reihen mit den jeweiligen Farben und ist eigentlich daran angehalten, möglichst viele Zahlen abzukreuzen. Ihr würfelt nacheinander, wobei jeder bei den Würfen der anderen die Chance hat, trotzdem eine Zahl abzukreuzen. Das Spiel kostet 9 Euro, man braucht wenig Platz, da man eigentlich nur mit 6 Würfeln würfelt. Mit 15 Minuten ist es schnell gemacht, da man auch nicht wirklich Großes vorbereiten muss. Bis zum nächsten Mal.